Es ist sehr bitter, nicht bei einem großen Turnier als Nation dabei zu sein. Obwohl einige Nationalmannschaften mit vielen Weltklassespielern bestückt sind oder eigentlich bei WM's und EM's immer dabei sind, hat es dieses Jahr nicht geklappt. Dieses Jahr sind einige große Nationen zu Hause geblieben. Im heutigen Video die 5 besten Nationalmannschaften, die sich dieses Jahr nicht für die Europameisterschaft 2021 qualifiziert haben. 5. Griechenland Griechenland ist eine Fußballnation. Mit Olympiakos Pireus haben sie eine Top-Mannschaft, die sich häufiger international qualifiziert und mit dem Europameisterschaft Sieg 2004 hat man als Underdog Fußballgeschichte geschrieben. Griechenland hat allerdings zur Zeit einige Probleme. Obwohl man einen guten Kader hat, konnte man sich seit der WM 2014, wo man bis ins 8. Finale kam, nicht mehr für eine WM oder EM qualifizieren. Der Tiefpunkt war bei der Europameisterschaft Quali 2016 in Frankreich. Da verlor Griechenland ernsthaft gegen die Ferroir-Inseln 1x1 zu 0 und 1x2 zu 1 und wurde hinter den Ferroir-Inseln Gruppenletzter. Blamage für den griechischen Fußball. Bei der WM Quali 2018 in Russland wurde es, ja, ein bisschen besser. Dort wurde man Gruppenzweiter und ist in den Playoffs eingezogen. Was man am Ende gegen den späteren Vize-Weltmeister Kroatien verloren hat und die Hellenische Republik konnte sich wieder nicht für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren. Bei der Quali zur EM 2022 ging die Geschichte weiter und man konnte sich zum dritten Mal in Folge nicht bei einem großen internationalen Turnier teilnehmen. Nummer 4, Irland. Die nächste Nationalmannschaft ist die irische. Die Republik Irland konnte sich insgesamt für drei Weltmeisterschaften und für drei Europa-Fußballmeisterschaften qualifizieren. Die letzte EM mit irischer Beteiligung war die Euro 2016 in Frankreich, wo die irische Nationalmannschaft als bester in Gruppendritter bis ins Achtelfinale kam und am Ende gegen den Gastgeber Frankreich am Ende ausschied. Bei der Fußball-Europameisterschaft dieses Jahr ist die Republik Irland nicht dabei. In der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2021 in ganz Europa landte Irland in ihrer Quali-Gruppe nur auf Platz 3 hinter Dänemark und der Schweiz. Durch der Platzierung in der neu geschaffenen UEFA Nations League qualifizierte sich Irland für die Playoffs. Dort schied das Team aber bereits knapp im Halbfinale gegen der Slowakei im Elfmeterschießen aus. Nummer 3, Rumänien. Die nächste Nationalmannschaft ist die Herenauswahl der Rumänen. Die rumänische Fußball-Nationalmannschaft konnte sich insgesamt fünfmal für die Vorrunde des Europapokals der Nationalmannschaften qualifizieren. Insgesamt kam man allerdings nur einmal im Jahre 2000 über die Gruppenphase hinaus. Die letzte Europameisterschaft der Rumänen war die Euro 2016 in Frankreich. Bei der Euro 2016 wurde Rumänien im Gruppenletzter. Hinter Albanien und hinter der Schweiz. Sofort ist man ausgeschieden. Nummer 2, Norwegen. Das nächste Land ist die norwegische Fußball-Nationalmannschaft, die sich seit 2000 nicht mehr für eine Fußball-Europameisterschaft und seit 1998 nicht mehr für eine Fußball-Weltmeister-Innenschaft qualifizieren konnte. Obwohl Norwegen mit einem Haaland und einem Ödegard und weiteren Klasse-Spieler einen sehr, sehr guten und talentierten Kader vorweisen konnte, konnten sie sich dieses Jahr nicht für die pan-europäische Fußball-Meisterschaft qualifizieren. Man hat für den Weg über die Gruppenphase versucht und über der Nations League, aber hat beides nicht geklappt. Ob sich Norwegen bald sich für eine Fußball-WM oder EM qualifizieren wird, bin ich mir sicher, weil mit einem Haaland, einem Ödegard, einem Zerlot und weiteren Krankenspielern hat Norwegen eine goldene Generation vor sich. Und vielleicht qualifiziert sich Norwegen demnächst für die WM oder bald für die EM in Deutschland. Nummer 1, Serbien. Das nächste Land auf unserer Liste ist Serbien. Die serbische Nationalmannschaft hat mit Lukajovic, Matic oder Milinkovic, Zavic keinen schlechten Kader und würde eigentlich von den Namen her zu der Europameisterschaft passen. Aber so ist es nicht. Die serbische Nationalmannschaft Jugoslawien außen vor konnte sich noch nie in ihrer Geschichte jemals für eine Fußball-Europameisterschaft qualifizieren. In den EM-Playoffs besiegte man im Halbfinale Norwegen mit 2 zu 1 und im Finale verlor man leider gegen die schottische Nationalmannschaft im Elfmeterschießen und die Serben sind mal wieder nicht bei einer Fußball-Europameisterschaft. Würde sich Serbien irgendwann mal für eine Fußball-Europameisterschaft qualifizieren? Wie sieht es mit Norwegen aus und warum liked ihr nicht dieses Video? Ja, es ist kacke, like es trotzdem, sonst gibt es Ärger. Das war es für ein Video, bis zum nächsten Mal und ciao. Und jetzt ist es für ein Video, bis zum nächsten Mal.